Hallo Leute, ich stelle euch heute mal einen günstigen, nicht billigen Over-Ear Kopfhörer vor von Tauertronics, der mich wirklich überrascht hat und ich wirklich der Meinung bin, dass den sich jeder leisten kann. Okay, als erstes, was ist in der Verpackung? Und zwar, in der Verpackung befindet sich der Kopfhörer selber, dann ist eine Stofftasche mit dabei, dann haben wir ein Klinkensteckerkabel, genauso wie das USB-C Ladekabel und meine beliebten Beipackzettel sind auch dabei. Die Kopfhörer, also, erst mal von der Optik sind sie ziemlich gut verarbeitet, also einzige was ist ein bisschen empfindlich, das Plastik hier, das ist alles Plastik und hier ist es Kunstleder, das ist auch sehr weich gefedert hier, das ist gut, also kann man nichts sagen. Die Polster sind schön weich, das ist auch Kunstleder, lassen sich leider nicht abnehmen und der Mechanismus ist stufenlos rastbar und es ist stufenlos einstellbar auf beiden Seiten, also und es ist aus Metall, es ist also kein Kunststoff, was sie da verbauen und also ziemlich gut. Gut, was wir an Anschlüssen haben, ist USB-C zum Laden, ist schon mal für die Preisklasse ein Wahnsinn. Also, ich hole mal ein bisschen näher ans Licht, jetzt auch hier sieht man es. Dann haben wir hier die Laut-Leise-Wippen einschalten und Bluetooth-Verbindung aufzubauen. Wir haben hier noch ein paar Mikrofone verbaut. Wir haben hier den Klinkenstecker und hier Active Noise Cancelling ein- und ausschalten. Das sieht man hier, ja, der Kopf hat Active Noise Cancelling, man soll es nicht glauben und das regulär für 52 Euro. Es gibt auch Gutschein-Codes bei Amazon, dann kriegt man zwischen 10 und 8 Euro ermäßigt, dann kostet er etwas noch 42 Euro und für 42 Euro, muss man sagen, wow. Er lässt sich auch schön klein zusammenklappen, das heißt also, hier kriegt man ihn so zusammen, ist auch schon mal was wert und kann ihn dann in die Tasche tun oder auch in den Rucksack oder sonst was. Also, von dem her schon mal ziemlich nice. So, gut, zu dem Punkt, wie ich es vorhin sagte, er sieht ähnlich aus wie ein anderer Kopfhörer. Es ist zum Beispiel jetzt hier, da haben wir den Bose, das ist der Bose QuietComfort 35 Serie 2. Der hat auch die Möglichkeit, das Ganze natürlich auch schön klein zusammenzufalten und kriegt man ähnlich hin, wenn man ihn so anschaut. Und, sagen wir mal, hat auch diese Rasterungen drin, ist genauso ähnlich gepolstert, das kann man auch nicht sagen, Kunstleder und hier ist es nur Alcantara oder was es auch mal da sein soll. Dann Ein- und Ausschalter hat er auch und Active Noise Cancelling 1 und Aus hat er auch. So ähnlich aufgebaut und hat eben auch USB-C, ne, hat er nicht, hat Micro-USB, das hat er nicht. Dafür kostet er circa im Moment, also er hat mal 300, kostet 230 Euro. Ich sage dann nachher auch gleich nochmal, wie die klanglich sich dann unterscheiden. Oder eben auch mit Active Noise Cancelling, zum Beispiel die Sony WH-1000 XM3, ja sozusagen führend, beide führend am Markt wegen Active Noise Cancelling. Also, hier oben die Mikros sitzen, hat unten der hat das USB-C, kostet 279 Euro zurzeit, auch Klinkenstecker, Anschluss möglich, hier ist ein Touch-Feld zum Bedienen laut und leiser und vor und zurück, weil so viele Knöpfe gibt es da nicht. Und, sage ich mal, ist auch stufenlos einstellbar, hat hier oben aber ein bisschen kleineren Bereich vom Kopf, sitzt auch ein bisschen strenger am Kopf als jetzt, sage ich mal, die Bose, aber auf die kommt jetzt erst mal gar nicht so an. Also, der Bose sitzt vom Tragekomfort ein bisschen lockerer, hat aber auch ein deutlich besseres Noise Cancelling, zum Beispiel wie die Tauertronics. Man darf aber wirklich den Preis nicht vergessen, also die Dinger kosten wirklich 200 Euro, deutlich über 200 Euro mehr, das muss einem bewusst sein. So, und jetzt zu ihm nochmal. Also, die Koppelung ist eigentlich relativ simpel, das heißt, also ich gehe her, schalte ihn einfach ein und dann sieht man hier, das blinkt. Dann gehe ich her und nehme mein Handy, öffne, dann, also ich mache mein Handy, also so, das Handy, gehe auf Bluetooth und in dem Fall zeigt der Tauertronic sich mit dem TT-BH 085, mal reingehen, hier, verbunden. Also, normalerweise steht er hier unten bei den neuen Geräten, ich habe ihn eben schon mal getestet und dann ist er verbunden und hat einen sehr guten Klang für das Geld und zwar, sagen wir mal, wer gerne Metal hört, Rap hört und, sagen wir mal, ist natürlich mit dem super zufrieden. Ich habe das schon von ein paar Bekannten mal testen lassen. Die fanden den klanglich besser wie sogar den Bose. Also, ich finde, der Bose hat ein sehr breites Spektrum, hat eine sehr breite Bühne, das heißt, er ist in den Höhen, in den Mitten und in den Bässen ziemlich neutral, klingt natürlich dementsprechend gut. Ich habe hier auch eine App, die ich einstellen kann, noch ein bisschen was, was ich hier natürlich nicht habe, da gibt es keine App, aber der klingt halt wirklich bassig, also der Bass dröhnt einem schon richtig in die Ohren. Auch das längere Tragen ist kein Problem, also, sagen wir mal, er ist ein bisschen strenger, zwar wie der Bose, aber es ist noch angenehm und je nachdem, wie groß die Ohren sind, sind sie komplett drin, also bei meinen großen Ohren ist es vielleicht ein bisschen, die sind, ja, werden umschlossen, aber nicht so richtig sauber wie beim Bose. Also, für Basslastiges, perfekt, ihm fehlen ein bisschen die Mitten, die Höhen sind okay, aber man darf, wie gesagt, nie den Preis vergessen von zwischen 42 und 52 Euro, wo er liegt. Dann haben wir hier auch Active Noise Gals Rating, das ist gut, aber natürlich nicht so gut, wie die deutlich höhere Preisklasse von Sony und von Bose. Ich habe 40 Stunden Musik ohne Active Noise Cancelling, also ich habe es jetzt nicht ausprobiert, ob es wirklich 40 sind, ich gehe jetzt mal dann eher so von 36 aus. Wenn ich so ein Active Noise Cancelling einschalte, reduziert sich das Ganze so auf 25. Gut, aber wer hört schon 25 Stunden am Stück Musik? Schnellladen hat das Teil, also er hat innerhalb, wenn ich 10 Minuten lade, habe ich wieder 2 Stunden Musik. Ist schon sehr gut, er lädt auch sehr schnell auf, in der knappen Stunde ist er aufgeladen. Das ist schon mal sehr gut, hat natürlich Bluetooth 5.0. Also er hat noch APTX, er hat auch noch ACC-Codex, kann er darstellen. Er hat einen 750, jetzt muss ich echt überlegen, einen 750 mAh Akku. Nicht wechselbar, also ich kann da leider nichts tauschen. Gut, bei dem Preis, sage ich mal, ist es natürlich fast normal. Was er noch hat, sind gute Mikros, das heißt, die sind jetzt hier oben. Man kann sie ein bisschen sehen, ja, hier oben. Und vorne ist eins, das heißt, telefonieren ist auch möglich. Was ich auch getestet habe, ist, es ist ein deutlich besserer Klang wie mit dem Bose. Der kann das auch. Es klingt beim Gegenüber, also meine Stimme klingt beim Gegenüber sehr gut, es ist sehr neutral. Was ich dann immer wieder festgestellt habe, auch ich höre den Gegenüber, wenn ich das Active Noise Cancellung ausschalte, sehr gut, wenn ich es anlasse, dann habe ich den Vorteil, dass ich meine Stimme höre und dann fange ich nicht so zum Brüllen an. Ansonsten, ja, kann man von dem Teil wirklich nur Gutes berichten. Ich muss echt sagen, also wer einen günstigen Over-Ear mit einem sehr guten Klang, mit heftigen Pässen möchte, sollte zuschlagen. Das Einzige, was nicht so optimal ist, die höchste Lautstärke, gut, ich habe es mit einem iPhone getestet, bei einem Android-Telefon, wie zum Beispiel bei einem Samsung, kann man es ein bisschen lauter machen. Beim iPhone ist es nicht ganz so laut, aber, sagen wir mal so, sollte man auch so laut, sollte man auch nicht hören. Gut, das war es eigentlich schon. Also, wie gesagt, eine klare Empfehlung von mir. Ich werde den Amazon-Link unten in die Beschreibung reinhängen. Schaut euch das Teil mal an, lest es mal durch. Ich würde sagen, das war es. Kurz und knackig hoffe ich diesmal. Bis demnächst. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.